Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. In diesem Video habe ich für euch ein neues Set mit Paw Patrol von Nickelodeon gebracht namens Rockies City Hall Rescue. Der Set enthält die Figur von Rocky, dessen Recyclingbagger, die Elefantendame Ellie, welche aus dem Zirkus ausgebrochen ist und das Rathausgebäude. Jetzt lasst uns die Schachtel öffnen und diese besser sehen. So, dieser ist der Inhalt der Schachtel. Wir haben Rocky, eine klassische Figur, also er macht keine Tricks, er bewegt nur seine Füße und Kopf. Ich zeige euch jetzt die Füße und den Kopf. Dieser ist der Recyclingwagen von Rocky. Es ist groß und grün. Und es öffnet sich hinten. Wow, wie viel Platz da gibt. Und vorne hat es einen Support, der sich nach oben und unten bewegt. Und hierher kommt das Rettungsnetz. Jetzt können wir Ellie retten. Wie toll sie ist. Brumm brumm. Juhu. Sie ist unsere Elefantendame Ellie. Sie ist aus dem Zirkus ausgebrochen und jetzt müssen wir sie finden. Schaut mal, was für ein rosa Zubehör sie hat. Sehr niedlich. Das ist das Rathaus. Aber wie ihr schon seht, müssen wir es aufbauen. Na los. So, jetzt ist es fertig. Wir haben am Fenster die Bürgermeisterin und das Hähnchen. Die Türe des Rathauses öffnen sich. Und oben gibt es noch ein Uhr und eine Fahne. Na lasst uns spielen. Oh du meine Güte. Etwas ist kaputt gegangen. Ich muss mal ausziehen. Jetzt habe ich die notwendige Ausrüstung für die Reparatur. Mal sehen. Hallo. Hier Poppa Troll. Wie kann ich Sie helfen? Hallo. Hier ist die Bürgermeisterin. Wir haben einen Notfall. Ein Elefant ist auf dem Rathausdach. Na sowas. Ein Elefant. Machen Sie sich keine Sorgen. Mein Team wird gleich da sein. Vielen Dank. Wir haben einen Notfall, Freunde. Ihr müsst ein Elefant von dem Rathausdach nehmen. So was. So was. Hallo Rocky. Wir haben einen Notfall am Rathaus. Dann lasst uns losfahren. Folge mir nach. Marshal, kannst du vielleicht den Elefant sehen? Das werde ich dir gleich sagen. Ich kann Elli sehr gut sehen. Sie ist ganz oben. Oh meine Güte. Ihr sollt alle vorsichtig sein. Ein Elefant befindet sich auf dem Dach. Wo ist sie? Ich möchte sehen, ob sie gut ist. Mach dir keine Sorgen Elli. Gleich wirst du runter sein. Sie hat Angst, aber sie ist gut. Ich brauche nur meine Ausrüstung und dann werde ich sie helfen. Komm Elli, wir nehmen dich runter. Hurra, hurra, wir haben es geschafft. Wir sind die beste Team. Juhu. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, vergisst nicht mehr einen Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.